Hallo Express, schön, dass ihr da seid. Ich bin Marco Angelini und kommt einfach mal mit rein. In mein kleines bescheidenes Wohnungchen. Also das ist hier mein Wohnzimmer, hier lebe ich. Das ist meine Video-Ecke, meine DVD-Ecke. Ich bin leidenschaftlicher DVD-Schauer. Ja, das ist meine Couch. Chili dann meistens, wenn ich mal die Zeit dazu hab. Die Gitarre darf natürlich nicht fehlen. Meine wunderschöne Küche. Ja, und so lebe ich eigentlich im Großen und Ganzen. Und ja, was soll ich sagen? Schön, dass ihr da reingeschaut habt, schön, dass ihr dabei wart. Und ja, diese Backstage-Videos findet ihr jetzt immer auf der Express-App. Ja, tschüss!